Irgendwann versucht ihr nach weiterer Luft zu schnappen, wenn eure Lungen brennen, ihr atmet nur noch Blut, bis ihr dann irgendwann nach einer viel zu langen Zeit, nach einer Ähnlichkeit aus den blutigen Wassern aufsteigt und erkennt die Globule von Belhalha so nah an der siebten Sphäre wie irgend möglich. Die Oberfläche ist eine trübe, miasmatische Welt, vollständig mit blutigen Sümpfen bedeckt und mit kochendem Pech. Verdrehte Bäume, die ab und zu aus den schaumbeladenen, blutigen Morass herausragen und die Oberfläche, die in einem ständige Dämmerung gehüllt ist. Ich glaube, wir sind da. In den Niederhüllen, so wie das aussieht. Ja, es ist ein furchtbares Gefühl hier. Dann suchen wir mal dieses Herz, oder? Boah. Ah, Blut. Lass uns töten. Wenn ihr euch oben seht, könnt ihr erkennen, wie wohl über euch schwebend einige flammende Totenköpfe sich erheben. Immer mal wieder nach unten zucken und dann kurz verharren, es stinkt weiter nach Fleisch. Zielloses Schwirren und wenn ihr dann aus den blutigen Pfuhlen heraustretet, einen kleinen Weg, der euch nach oben führt, ein Ruin vorbei, die wohl von anderen Menschen zu anderen Zeiten gebaut worden sind, könnt ihr die Flammschädel von Röhl erblicken. Ein Korbor, die Korborim, die vor dem Leichnam des Trollzackers schweben, der zerrissen wurde. Oh, der war schwach. Und damit sollte klar sein, dass es nicht mehr als korrgefällig gelten kann, oder? Ja, was hier passiert. Bringt es alles um. Initiative. Gut, ich habe für meine Flammschädel von Röhl bereits gewürfelt, sie landen auf der 17, das sind eine ganze Menge. Sie sind schnell, sie zucken durcheinander, ihr wisst nicht, wie viele es sind. Dann könnt ihr einmal die Initiative würfeln und euch einmal eintragen. Wo trage ich mich ein? Was hast du für eine Initiative? 15. 15, gut. Ich habe 17. 17, dann nehmen wir einmal ADO auf die 17. Ich bin nur bei der 16. Ist da eine Basis-Initiative ADO? 11, aber mein Schwert gibt mir plus 1 und ich habe eine 5 gewürfelt. Das fehlt noch. Ja, ich habe noch keinen Token auf der Indie-Leiste. Bin bei der 16. Orion auf der 16. Alderafim 22. Holy. Und Eirik. Und Eirik. Das ist gerieben auf der 14. Gut, wir fangen an und zwar mit Mahira Sabamushde. Was tust du? Ähm, ja, diese Schädel, die kommen direkt auf uns zu. Du weißt nicht, was sie tun. Ähm, ich mache mich bereit, dass ich zweimal in dieser Kampfhunde parieren kann. Gut. Dann geht das weiter mit der 14-A-Screme. Ähm, sind die am Boden oder schweben die in der Luft? Die schweben in der Luft. Ah, dann wird das wohl zweimal parieren. Zweimal parieren. Gut, wir machen weiter mit Travigor. Ich fühle mich nah an die, ähm, hissindige Weitestellen. Und dann auch, ja. Wenn es eine Aktion erfordert, weiter parieren. Mhm. Dann ist Corian dran. Corian. Äh, ich werde einmal hier etwas rumgehen. Ja, so ein Meter. Also kannst du dich dann... Ich mache zwei Freieaktionen Schritt bis dahin. Ja. So. Äh, hier, ne. Hatte noch nichts. Ich tu noch gar nichts. Du musst jetzt was handeln. Nein, ich tu... Ich lasse meine Aktionen verfallen. Okay, du lässt sie verfallen. Dann kannst du auch nichts weiter tun. Äh, einmal parieren würde das hier der Haufen stehen. Richtig. Ähm. Dann ist Ado dran. Vor... Ich kann nicht abwarten, was die vier hier machen. Nein, kannst du nicht. Ihre Basis-Initiative ist höher. 16. Okay. Äh, dann stelle ich mich neben den... Trollsucker... Nicht Trollsucker. Ähm, Gott. Unserem Gjalskar. Ähm... Ja, und werde auch erst mal warten. Mhm. Ich gebe dem blutigen Neb auch noch eine Initiative. Ähm... Der blutige Neb zieht auf der 22 vor, holt seinen Kriegsbogen hervor und spannt einen Pfeil, der merkwürdig aussieht, nicht so wie Pfeile aussehen sollten. Ähm... Dann sind meine Koborim dran. Sie machen Stutzflüge. Flugangriffe. Und zwar habe ich... Ich muss gerade nochmal selber zählen, wie viele das sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, fölzehn, fünftzehn, fünftzehn Stück. Huh, knackig. Äh... Fünftzehn, W-20, ähm... Die ich dann erst mal noch gerecht verteile. Auf sieben Helden sind erst mal zwei Stück für jeden. Oh... Das ist schon bitter. So, sie treffen auf die 13. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Bis auf ein, bis zweimal haben sie immer getroffen. Das ist ganz schön krank, ja. Dann fangen wir an mit der untersten... Ah, wir fangen von... Wir fangen von links... Ne, wir fangen von oben nach unten an. Corian bekommt zwei ins Gesicht. Du kannst noch einmal parieren. Einmal parieren darfst du. Das ist pariert. Dann darfst du... Den halben Schaden machen. Beziehungsweise, warte mal, eins, zwei, drei, vier. Was macht ein Sklaventod an Schaden? O, W, sechs, plus, äh, sechs. Dann darfst du den vollen Schaden machen, weil sie unbewaffnet sind. Neun. Und das ist... Deine Waffe ist... Hesinde Gewalt, ne? Richtig, neun. Und dann halt noch die 6 und 3, also 15 und Hesinde Gewalt. Ja. Fest normalen Schaden gegen Dämonen. Was hast du gesagt? 15? Mhm. Dann muss ich gerade nochmal gucken, wie viele... 15, okay, gut. Ähm... Das ist der Schaden für dich. Sieben, ne, sieben TP. Wohin? Ähm, musst du selber auswürfeln. Du bekommst aber die Hälfte davon nur, weil... Ähm, du pariert hattest. Genau, das war der erste parierte. Ähm, kannst du dir selber dann von den sieben abziehen. Dann kommt noch ein zweiter Angriff. Die vier sind auch Nummer zwei wie sechs. Den kannst du nicht parieren. Das ist die acht. Ähm, der erste Schädel, also das sind immer nur, immer nur ein Sturzflugangriff. Aber bei, bei den fünfzehn Schädeln, äh, tut das natürlich trotzdem weh. Den, den, äh, dritten Schädel... Ich muss gerade mal überlegen, ja, doch, sind sieben Helden. Den dritten Schädel gebe ich Raphim, weil der Waffenmeister hat. Ähm... Der erste ist allerdings tot, beziehungsweise pariert und explodiert. Dann machen wir weiter mit Ardo. Äh, Ardo, du wolltest zweimal parieren? Ja, wenn ich kann. Ja, zehn und vier, treffen beide. Pariert und pariert. Dann darfst du den halben Schaden machen. Ähm... Nicht? Äh, doch, 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 schon, klar. Äh, ich darf meinen Schaden nicht machen. Dann einmal vier und einmal fünf. Und beides ist in der Gewalt. Einmal vier und einmal... Ne, Moment, was hast du gesagt? Halben Schaden hast du jetzt gerade gesagt. Ne, ganz normal, ganz normal. Ne, 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 du darfst ganz normal machen. Achso, warte mal, weil, äh, achso, Entschuldigung, das war eine Parade, das war kein Angriff. Deswegen, ähm, machst du den halben Schaden, weil sie waffenlos angreifen. So rum war das, genau. Das heißt einmal vier und einmal fünf. Vier und fünf. Habe ich mir notiert. Dann muss ich mit meinem Schaden nichts machen. So, dann kommt die neun und die vier. Zieh dir gerade mal deine zwei heran. Die leben noch. Dann machen wir weiter mit Askrim. Askrim bekommt auch zwei Stück. Würden beide treffen. Würde ich beide parieren. Beide parieren, aber mit dem Schild, äh, dementsprechend passiert dann nichts. Ja. Ein halber Waffenschaden. Äh, hast du Schildkampf zwei? Genau. Gut, hast jetzt sogar noch ne dritte Parade gehabt. Ja. Äh, ffff. Gebe ich denn noch den dritten? Ne, ich gebe es nicht den dritten. Der ist für Raffi. Ähm, Mahira bekommt zwei ins Gesicht. Ich muss gerade mal gucken, ob die treffen. Äh, ich glaube, ja doch, die treffen auch. Die acht und die dreizehn. Ja, ich würde versuchen, beide zu parieren, hatte ich ja angekündigt. Genau. Ich habe defensiven Kampfstil. Kampfstab. Gelungen. Gelungen. Da hast du sogar noch ne weitere Parade offen. Äh, du könntest sogar für Travigor. Ja, du könntest sogar für Travigor mitparieren. Ah, ja. Guck mal, dann geht das so ein bisschen an. Dann machen wir gleich mal für Travigor. Dann kriegst du auch gleich zwei Stück auf deinem Kopf. Möchtest du einen halben Schaden haben? Kann tatsächlich nur einmal parieren. Äh, du darfst mir halben Schaden geben, ja. Eins und eins und drei. Ich habe die 17 und die 14, also sind zwei, die bei Raphim nicht treffen. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. So, zwei und, äh. Zwei und vier wird notiert. Gut. Dann kommt Travigor. Travigor wird auch angegriffen. Äh, zweimal. Zweimal, genau. Und beide treffen. Ah, ich kann nur eine parieren. Allerdings will ich die dann dafür meisterlich parieren. Mhm. Und zwar plus vier. Plus vier. Ich hoffe, es funktioniert so. Ja, dann darfst du mit der meiner Tarpender halben Schaden machen. So, das war jetzt eine Quatsch. Nehme ich mal aus dem Token Layer. Das ist zwei plus sechs, äh, durch zwei sind vier. Äh, sind vier TP, notiere ich mir. Dann geht es weiter mit dem zweiten Schädel. Den muss, äh, dann, äh, Mahira für dich parieren, wenn du nicht kannst. Ja, hatte ich ja gesagt, dass ich das gerne mache. Dann tu das. Jawohl, eine göttergefällige zwölf. Ich beschütze euch. Ja, 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 mach mal. Dann müssen wir nochmal drei Schaden. Dann müssen wir nochmal drei Schaden. Dann haben wir den durch. Dann bekommt der, nee, bekommt auch zwei Stück. Hatte, wie gesagt, auf seine Parade verzichtet und spannt den Kriegsbogen. Eins, zwei. Interessiert ihn nicht. Sind drei Schaden. Und sind noch einmal elf Schaden. Die werden auch notiert bei ihm. Elf minus Rüstockschutz. Vier sind sieben für den blutigen Leben. Und jetzt kommen eins, zwei, drei auf Raphim, die übrig geblieben sind. Davon treffen allerdings nur einer. Das ist gut für mich. Ja. Dann variere ich den einen natürlich. Okay. Und dann haue ich zwei von den Viechern mit einem Vierer und einem Fünfer Wuchtschach. Kein Geil. Die Parade ist umsonst. Also du kannst es auch dreimal zuschlagen. Und dann, ne, kein Geil. Da. Da. Ja, so steht das. Ja. Einmal 25. Einmal 21. Was ist das? Chorschaden, ne? Chorschaden und nochmal 21. Beschreibst du mal bitte die Situation? Ja, die Viecher fliegen auf die Gruppe zu. Raphim zieht sein Schwert. Luckt sich unter den ersten beiden weg. Und reißt die drei, die dann auf die Zuhasen, einfach mit einem Hieb aus der Luft. Und dann, ne? Ja. 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 Ja, das heißt, wir können sie oben gar nicht erreichen. Zumindest nicht so, wie du aktuell kämpfst. Also du kannst natürlich mit dem halben Schaden oder eben mit einer hohen Initiative. Ansonsten Fernkampf oder so. Das ist eine Grüne Bude von Belhalha. Hier muss nichts fair zu gehen. 13 Mahira will parieren. Gut, 14. Ich würde etwas zu ihr schreiten. Das ist sogar noch eine freie Aktion. Ja. Ich bin nicht ganz in ihren Weg und dann muss ich wieder parieren, weil ich nichts machen kann. Gut, 15 Gänseritter. Stellt euch hinter mich, euch wird nichts geschehen. Sagt er und ließ sich von dem Kampfstab verteidigen. Korian, 16. Ja, selbes wie eben. Einfach abwarten. Ado. Ich warte auch ab. Die Flammschädel orientieren sich und ihre Initiative steckt auf 22. Auf ihm. Das ist stark. Das mache ich auch. Scheiße. Wo bist du denn? Warte mal, ich müsste nachgeworfen. Ich habe es nicht im Kopf. Ach, 23. Ah, okay. Ja, der blutige Neb hat seinen ersten Pfeil aufgelegt und möchte zielen auf einen der Krobo-Rieben. Nächste Kampfrunde. Eure Aktionen verfallen allesamt, weil ihr wolltet parieren, das kam nicht zum Parieren. 13. Mahira. Ich möchte wieder parieren. Gut. 14, Askram. Ich hatte eben auch überlegt, mich zu orientieren, aber wenn die so schnell sind, dann wird das auch zweimal parieren. Travigo, 15. Ich würde einmal parieren und einmal ansagen, sie warten, vielleicht sollten wir hier verschwinden. Kurian. Selbes wie eben. Geht nicht höher mit ihm. Fado? 10 mit einer Hand, dann wirft euch. Dann sind die Krobo-Rieben dran. Blutiger Neb schießt. Schauen wir mal, wie er schießt. Er macht nämlich mal nützliche... Ja, er schießt, er trifft... Gucke ich mir gerade mal die Pfeile an. Moment. Med bella la, heiligen Pfeil. Es sind Blutdornpfeile, die Schäften, die Schäfte sind von einem lebenden Zweig, also nicht geschnitzt, sondern gewachsen. Er schießt auf den Flammschädel und der explodiert. In der Luft. Dann habe ich noch 10 Schädel. Die 10 Schädel macht Stumangriff. 10 Stück auf Rafim. Ich möchte mit Formation versuchen, ihn zu parieren. Zwei freie Aktionen, zwei Schritte. Ich möchte mich vor Rafim... Hier muss nichts fair sein. Uh, da sind eins dabei. Eins, zwei, drei. Drei Treffen nicht sind... Was hatte ich? 10 Schädel habe ich noch. Drei Treffen nicht sind sieben. Sieben Angriffe auf Rafim. Rafim, möchtest du parieren? Ich wollte nicht sterben, also ja. Okay, dann fang mal an. Die 1 ist ein Crit. Machst du mal wegparieren? Lass es parieren, alles klar. Dann machst du Schaden. Oh, nur 12. Nur 12. Chorheilig, dann explodiert. Moment, ich fange mal mit dem ersten Schädel an. Das war ein 1. Explodiert. Gut, dann kommt der nächste Schädel. Das ist die 2, ist kein Crit. Oh, ich schaff's nicht. Ja, dann bekommst du nur 2 wie 6 in dein Gesicht. Das wird mich stören. 9. Trefferzone war da so selber auswürfeln. Ja. In den Kopf. Ja, okay, gut. Was ist meine Rüstung? 5. 5. So, das war der zweite Schädel. Der lebt noch. Die 15 trifft nicht. Die 16 trifft nicht. Frage an die anderen. Wollt ihr den parieren? Ja. Ich schon, ja. Gut, klar. Kann wegpariert werden. Der macht zwar keinen Schaden, aber ihr dürft ihn wegparieren. Halber Schaden ist natürlich immer drin. Möchtest du? Ich hab mit dem Schild keinen Schaden. Na gut, den mach ich. Dann Mahira mit dem Kampfstab. Oh, 2. Sagenhafte 2 TP. Ja, wird notiert. Dann kommt der nächste Schädel. Die 16. Möchtest du den auch wieder parieren? Die 16 trifft doch gar nicht. Die 16 trifft nicht. Nö, aber du kannst ja trotzdem parieren. Umwandeln kannst du nicht. Ja, klar kann ich das. Ich hab einen defensiven Kampfstil. Aber hast du Aufmerksamkeit? Und Kampfreflexung? Kampfgespür? Ich hab am Anfang der Kampfrunde gesagt, ich möchte nur parieren. Genau, das heißt du darfst ihn parieren, aber du darfst, also er trifft nicht, aber du darfst ihn trotzdem parieren für halben Schaden, aber nicht für vollen Schaden. Ja, ist doch okay. Ja, okay, dann darfst du halben Schaden machen. Das war ja die Frage, ob du parieren möchtest. So, okay, muss ich dann noch Parade würfeln, oder? Ja, solltest du schon machen, wenn du nicht triffst, ist das halt nicht gut. Ja, tu ich aber. Ja, schau mal. Oh, hier drei, wow. Sagen wir, die drei werden notiert, dann ist er weitergeflogen. So, dann haben wir die Neun. Möchte jemand die Neun parieren? Die trifft diesmal aber, oder? Die Neun würde auf ihm treffen. Dürfen wir dann überhaupt parieren? Noch darfst du. Also dann gerne. Also hier steht halt nicht Information, aber wenn du ihn jetzt parierst und das schaffst du nicht, dann trifft er halt dich. Oh, ich nimm's in Kauf. Plus vier. Entschuldigung. Plus vier. Dann hast du es gerade so geschafft, ja. Was ist das in anderthalb Änder, ne? Schaden? Genau. Was kommt da dazu? Sechs wieder, also elf durch zwei, sechs. Ja, okay. Dann kommt der nächste. Ich muss gerade gucken, nach der neun kommt die 18, der trifft nicht. Würde ihn jemand parieren? Würde ich eine Parade machen. Gut, dann kommt die Schildparade. Ob es, ja gut, dann nur wenn du eine Schildparade ist, egal. Das bringt ja nichts. Weil du, weil du, weil du kannst keinen, du kannst keinen halben Schaden machen. Ja, das ist das Problem, was du da hast. Das dockt dann gegen dein Schild gegen. Dann kommt die 1, das ist ein Crit. Das ist eine halbe Parade, wer auch immer den parieren will, sonst kriegt Trafim doppelten Schaden. Den würde ich auch parieren. Ja, halbe Parade, versuch's. Ist die, die dritte Parade kriege ich durch Schildkampf 2, ist die ebenfalls um vier erschwert? Ähm, wenn du, du hast umgewandelt und du hast angesagt, dass es umgewandelt ist, also nein. Okay, dann die Hälfte von 27, also 14, muss unterwürfelt werden. Und 27. Wow. Dann kommt die 8 und dann haben wir noch 2, 2er, also ganz normale 1, 2, 3 Stück. Hat noch jemand eine Parade offen? Ich hab gelabert, also ich hab, ich hatte nur die eine. Gut, dann... Dann kommen jetzt 2 Attacken auf Raffin noch. Ja. Gut. Eine Parade habe ich noch. Eine Parade hast du noch? Ja. Das ist der 1. Das ist der 2. Ich parier 1 davon. Wow, so sagenhaft gut. Ich kann ja vorher nicht sehen, welcher wie viel Schaden macht. Nee, das ist richtig. Die 4 kannst du wegparieren, dann kommen noch 3 in beliebige Trefferzone. Wahrscheinlich egal sein, ne? Dafür platzt aber auch 1 von den Mystics. Sagst du, ja. 20 Core Heiligen Schaden überlebt, sonst platzt es. Ja, Torso ist wurscht und das andere sind 6, warte. Bauch, das macht mir Schaden. Bauch? Macht dir Schaden? 6 in den Bauch, was hast du Rüstung? 5? 5. 5, also 1 TP. Wie viele Trefferpunkte hast du noch? 24. Okay, nächste Kampfrunde. Die 13, stoppe ich sie vor. Rafim, du kannst erkennen, alle Schädel auf Kurian. Kurian? Vielleicht verlegen wir nochmal kurz. Wer war Kurian, der so abseits steht? 3, 2, 1. Ich möchte hier mit zwei Fallen Aktionsschritt hingehen und dann gleich die Viecher angreifen, wenn die ihn angreifen. Okay, das heißt, du möchtest so wen verriert. Gut. Dann habe ich noch, ich muss gerade schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Schädel noch. Einen davon hattest du kaputt gemacht, den anderen hatte doch der blutige Neb, alles klar. Was hatte ich gesagt? Acht Stück. Die sind echt eklig, ey. Das macht Spaß, so unfair zu... Was ist das denn für ein... Junge, Junge. Nein. Dämonen können nicht patzen, aber ich habe nur eins. Joa, fangen wir mal an mit der 7. Möchtest du die 7 parieren? Die 7 pariere ich. Ja. Oh, geil. Interessant. Schild, Junge. Das ist ein Patzer, dann würfel mal bitte auf der Patzatawelle. Sturz. Du verlierst 2W6 Initiative. Oder du schüppst, oder? Nein, das war ich nicht. Hör auf, ihm hier Radkläge zu geben. 2W6, oder? Ja. 10... 10 runter. Wow. Und du bekommst 6 Trefferpunkte. Bin ich mal gespannt, was die Trefferzone sagt. 13 in Schildarm. In Schildarm wäre der linke Arm. Wie viele Trefferpunkte? 6. Nichts durch. Nichts. Was hast du für eine Rüstung? Am Schildarm 7. 7? Was hast du für eine Behinderung? 3. 3. So, dann kommt die 16. Ist kein Treffer. Möchte Rafim dagegen halten? Ja, ich greife... Kann ich die angreifen oder ich muss die parieren? Du musst sie parieren. Warte mal kurz. Du darfst sie... Ne, du hast eine höhere Initiative. Du darfst... Einen darfst du attackieren. Den Rest kannst du parieren. Gut, dann platz ich den ein mit einem Wuchtschlag. Ja, Schaden brust du, glaube ich, dich würfeln. Also kannst du natürlich machen, aber... Ja, es ist ein Chorheiliger Schaden. Es ist ein Wuchtschlag und die haben eine kritische Essenz. Das heißt, machst du ein Drittel der Lebenspunkte, dann explodieren die einfach. Das ist einfach die kritische Essenz. Ja, dann mache ich nochmal zwei Paraden für ihn. Beide gelogen. Ja, dann kannst du da nochmal den Schaden würfeln. Vielleicht explodieren die da ja auch. Ne, der eine... Ah, wohl. Die 14. Die 14. Hast du die Frage, macht Chor doppelten Schaden? Ja, wir ziehen erst einmal... Erst einmal halbier an den Moment. Das ist ja... Es ist eine... Ja, eigentlich richtest du 12 und 14 an, weil... Erstmal halbierst du und dann verdoppelst du wieder. Ah, okay. Also, 14, also der eine explodiert. Der eine explodiert, den kann ich wegziehen und der andere macht keinen Schaden. Er hat aber auch so nicht getroffen. So, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Den anderen, der ist schon angeflogen, den hat er auf ihm pariert. Sind 5... Ah, du könntest noch vielleicht helfen? Ne, kann er nicht. Doch steht daneben. Also, ja, könnte schon machen. Hast du Formation? Nö. Ja, dann darf Chorian jetzt einmal 2W6 einstecken. Moment. Nehmen wir da einen oder meinen? Wir nehmen meinen, ja, wir nehmen meinen. So, das war der erste. Das sind einmal... 10 in den Schwertarm. 3, vermutlich. 3 durch, genau. Dann habe ich den nächsten, das ist dann der Crit. Ich muss gerade mal gucken, was in meinem Crit passiert. Ob wir dann einfach nur... Ich bestätige, ich schaue mal, wie wir ihn bestätigen. Wollter Schaden. 20 ist nicht bestätigt. Dann ist es nur 8 TP. In U. In Torso. 8 in den Torso. In Torso ist hier ein angegeben Pus, dann kommt nichts durch. Dann haben wir... 1, 2, 3 Stück haben wir noch. Wieso 13? Haben doch nicht alle getroffen. Richtig, 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 warte mal. Da haben wir nur 2 getroffen. Die 14 hat nicht getroffen, die 19 hat auch nicht getroffen. Nee, dann war's das. Ja, stimmt, war's. Gut. Mist. Nicht gar nicht. Die sind alle durch, dann können die alle wieder ihren Kampf einnehmen. Ich hatte vorgezogen, die 13 ist dran. Was möchte die 13 tun? Ich möchte mich gerne zu den anderen Gesellen mit zwei freien Aktionen Schritt. Also, dass ich hier so rübergehe. Beziehungsweise, nee, ich stelle mich dann vor den Kurgeweiten. So dazwischen irgendwie. Und ich möchte mich wieder darauf vorbereiten, zweimal zu parieren. Gut, 14. Ich sage zusammenziehen und folge ihr, um den Halbkreis zu schließen zu den Gegnern und würde auch zweimal parieren. Fabigo, 15. Die sind jetzt schon nicht mehr angreifbar, oder? Nein. Wahnsinn. Okay. Gute Idee. Okay, ich ziehe mich zu den anderen zurück und versuche, in Formation zu gehen, mit wem auch immer, wer sich da anbietet. 17. Dann werfe ich jetzt meinen Wurf durch. Was für eine Zielgröße haben die denn? Großenklasse haben die denn? Das ist ein Klein, also Kopfgroß. Ich muss gucken, was das nach... Hast du die Fernkampf-Tabelle offen? Ja, also sehr klein wäre Schlange, Fasan, Katze, Rabe und klein wäre Wolf, Rehschaf. So groß wie eine Katze, glaube ich, oder Rabe, nur plus 6. Okay, gut. Ja, das ist ekelhaft. Plus 6. Dann, die bewegen sich wahrscheinlich schnell? Ich muss gerade mal gucken, die haben, glaube ich, eine GS von 20 oder so. Ich muss mich gerade nachgucken. Ja, GS 20. Fliegende Gegner, Flugangriffe. Bewegen die sich schnell oder sehr schnell? Das ist bestimmt ein sehr schnelles Ziel, ja. Verdammt, dann habe ich hier eine... GS 20, das ist ziemlich groß. Also nochmal eine plus 4. Dann habe ich eine 14er Erschwernis. Machst du nur ein Messer oder mehrere? Nee, ich habe mit dem hier keinen Eisenhage. Da habe ich es, glaube ich, eine neue Eierk Doesn, der andere, die viele, die hat mir gehört, was, 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 was. Was,-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Untertitelung des ZDF, 2020